Ja hallo, wir sind heute in Lohau. Wir sind in der Nähe von Filskov und Brande, in der Mitte von Dänemark. Es ist eine kleine Anlage, aber heute sind da drei oder vier Deutsche und sie haben schon 10 Fische gefangen. So ist ganz bestimmt gut hier. Zwei Stunden kosten ungefähr 10 Euro. So ist nichts zu teuer. Und hast du dein Autocamper oder Mobil Home mit, dann kannst du die hier, das kostet nichts extra, das kannst du hier abstellen und hier wohnen. Ein, zwei, drei Tage. Kein Problem, sagt der Eigentümer. Der Strom hier hinten und die Tiefe von den Seen ist von zwei Meter bis drei Meter, die tiefsten Stellen. Bei den Kanten sind das natürlich nicht so tief, aber zwei bis drei Meter. So für mich perfekt für Tremorella. Super. Und der hinteren See hat er gerade gereinigt. All das Lamm auf dem Boden, das liegt hier drüben. Das ist hier jetzt. Ganz viel. Jetzt ist die Qualität, die Wasserqualität viel besser. Das mögen wir, dann schmeckt die Fische besser. Das ist hier jetzt. Also werden die Eigentümer. Das ist hier. Das ist ja. Also werden die Eigentümer mit dem Uitermann bekommen. Da, das ist auch ein суд. So haben wir, was wir. Wir haben hier schon gesagt. Wir haben wir sie noch einmal recht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020